Hallo und herzlich Willkommen zu unseren informativen Netcasts rund um das Thema Entspannung. Unser Experte ist Joachim Lask, Diplompsychologe und Sportpsychologe im Leistungssport. Joachim Lask wird wichtige und spannende Fragen entspannend und kompetent beantworten. Unsere Frage heute, wie wirkt progressive Muskelentspannung, also wie entsteht so ein Entspannungszustand? Wir wünschen Ihnen nun eine entspannte Zeit bei unserem Relaxation Netcast. Das ist ziemlich einfach, jeder kennt die Situation, dass er nach dem Sport, nachdem er geduscht hat, so ein tolles Gefühl hat von, ich hoffe es auch zumindest, so richtig gut entspannt. So ein Gefühl, wo man sagt, entweder jetzt einschlafen oder nochmal richtig ganz frisch vielleicht einen Brief schreiben oder nochmal ein Dokument öffnen. So ähnlich funktioniert progressive Muskelentspannung. Es werden sozusagen, man geht über den Körper, dass man da einzelne Muskelgruppen anspannt und dann wieder entspannt. Das hört sich ziemlich einfach an. Man könnte also eine Faust machen, den Oberarm anspannen, kurz anspannen und ihn wieder lockern lassen. Was jetzt gelernt wird, ist, dass man das genau beobachtet, dass man das sozusagen lernt und der Körper sich immer mehr daran gewöhnt, dass man das sozusagen willentlich tut. Und dann entstehen solche Gefühle wie Wärme, ein Wärmegefühl oder dann auch so ein schweres Gefühl, wenn man dann so ganz angeleitet über eine CD von Relaxation das dann lernen kann. Das dauert am Anfang so circa 30 Minuten. Man kann das dann aber verkürzen bis auf wenige Minuten so, dass man es im Alltag, sozusagen auch ohne CD dann, einsetzen kann in den unterschiedlichen Situationen. Was passiert da ganz konkret? Das heißt also, der Körper wird warm, der Körper wird schwer, aber das sind ja eher so die körperlichen Funktionen. Die Entspannung tritt dann auch in den Gefühlen und in den Gedanken ein. Was bedeutet das? In den Gefühlen bedeutet das, dass sie viel leiser werden, dass sie viel softer werden. Sozusagen, wenn ich einstaffe, kann ich nicht richtig ängstlich sein oder mich auch nicht richtig freuen. Dann bin ich so ganz leise in dem Gefühl. Bei den Gedanken ist es so, das kennt jeder, die reißen richtig ab, wenn man entspannt. Sozusagen kurz vor man einstift, kann man sich nicht zurückerinnern. Das kennt jeder. Und das genau findet bei der progressiven Muskelentspannung oder auch sonst bei Entspannungsverfahren statt. Vielen Dank, Joachim Lask, für diesen interessanten Beitrag. Auf unserem YouTube-Kanal pure-relax.de und auch auf Facebook pure.relax.de finden Sie noch mehr Beiträge und Informationen zum Thema. Übrigens, wir haben noch etwas ganz Besonderes für Sie vorbereitet. Damit Sie eine wissenschaftlich bewiesene Hilfe zur Entspannung bekommen können, haben wir die CD-Reihe Relaxation mit progressiver Muskelentspannung nach Jakobshorn für Sie vorbereitet. Informationen und Bestellmöglichkeiten dazu finden Sie auf www.pure-relax.de Wir freuen uns auf Ihr Feedback und wünschen Ihnen eine ganz entspannte Zeit.